Köln 50667-Fans müssen jetzt ganz stark sein, denn die beliebte Daily Soap wird abgesetzt. Die bittere Nachricht wurde auf dem Instagram-Account der RTL 2-Serie bekannt gegeben. Bereits im Januar 2023 wurden zehn SchauspielerInnen wegen schlechter Quoten gefeuert. Doch alle Versuche, die Serie noch einmal zu retten, sind offenbar gescheitert. Im Frühsommer 2024 soll die letzte Folge von Köln 50667 über die Bildschirme flackern. Ein genaues Datum für die letzte Folge ist bislang nicht bekannt. In ihrem Statement auf Instagram geben die Serienmachern den Fans jedoch ein kleines Trostpflaster mit auf den Weg. Dort heißt es, wir drehen aktuell noch neue Folgen, ihr habt also noch zahlreiche Sendestunden mit euren Lieblingen von Köln 50667. Für die langjährigen Fans der Serie wohl nur ein schwacher Trost. Die Reality Daily Soap startete im Januar 2013 und läuft seit fast zehn Jahren täglich auf RTL 2. Köln 50667 ist ein Ableger der Reality Daily Soap Berlin Tag und Nacht.